Aber die chassidische Tradition betrachtet es so, dass der Mensch, der etwas gibt, er empfängt gleichzeitig auch etwas. Und es gibt viele interessante Dinge, die man besprechen könnte. Aber als ich es gelesen habe und angefangen habe, darüber nachzudenken, dann sehen wir eine sehr helle, also eine sehr hervorstechende Wahrheit, die auch ziemlich klar ist. Dann ist das ganz einfach, und zwar ist die Wahrheit besteht darin, dass der Allmächtige mit uns leben möchte. Und wenn wir noch das genauer betrachten und genauer lesen, dann sehen wir, dass er mit seinem Volk leben möchte. Und deshalb gibt er die Anordnung, den Mischkan zu bauen. Also dort gibt es Altar für die Opfergabe, dort gibt es Licht und dort gibt es diese Schaubrote. Es gibt aber viele Menschen, die auch sagen, dass wenn der Herr unter uns oder mit uns lebt, dann lebt er nicht im Allerheiligsten, sondern er lebt zwischen uns oder neben uns. Ah, oder in uns. Das weist darauf hin, dass wir einen Mischkan, also so eine Stiftshütte, bei uns im Herzen bauen sollen, damit er bei uns im Herzen leben kann. Das weist darauf hin, dass wir einen Mischkan, also so eine Stiftshütte, bei uns im Herzen bauen sollen, damit er bei uns im Herzen leben kann. Dieses Verständnis entstand nicht nur mit dem Neuen Testament, es existierte schon sehr lange. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Allmächtige Gott nicht einfach von irgendwo, von einem hohen Berg oder über uns Anordnungen geben möchte, sondern dass er neben uns oder bei uns in unserer Mitte sein möchte. Und das ist nicht nur hier auf der Erde, sondern auch in der zukünftigen Welt. Deswegen wird auch gesagt, dass die Stiftshütte nach dem Bildnis oder nach dem Bild der himmlischen Stiftshütte errichtet wurde. Und man kann sogar weitergehen, das lesen wir dann im Johannes-Evangelium. Wir lesen, dass der Herr in unserer Mitte gelebt hat als Jeschua. Nекоторые переводят diesen Stift, in der 1. Stiftung von I. E. 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 E Und ich möchte daran erinnern, bei diesem Satz, denke daran, vor wem du stehst, oder erinnere dich daran, vor wem du stehst, möchte ich daran erinnern, dass wir vor dem stehen, der mit uns leben, wohnen möchte. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte, dass wir lernen, mit ihm zu leben. Weil es ist klar, wenn wir die Ewigkeit mit ihm wohnen werden, dass wir es hier schon lernen müssen, mit ihm zu leben. Aber es ist doch wundervoll zu wissen, dass der Allmächtige Gott, der alles erschaffen hat, mit uns, mit den einfachen Menschen wohnen möchte. Und das ist wundervoll. Amen.